Heute nur mal ein kurzes Infovideo und zwar wollte ich nur mitteilen, dass ich jetzt momentan nicht so fahren kann, weil draußen halt schlechtes Wetter ist und es nur regnet und da das dann halt nicht so gut geht, wie ich mir das da eben erwünsche und ich jetzt halt abwarte, bis das Wetter mal wieder besser ist und ich dann mal wieder fahren kann und auch dann Videos machen kann und ich jetzt halt nur kurz, dass ich euch mitteilen wollte, dass ihr Bescheid wisst, nicht, dass ihr euch da denkt, ja warum jetzt keine Videos auf einmal kommen oder so, aber wie gesagt, dass halt auch wetterabhängig ist und ich halt nur, dass jetzt sagen wollte, dass ihr da Bescheid wisst und ich da halt bald wieder Videos machen werde, sobald das Wetter wieder mitspielt und das war